Hallo liebe Handballfans, ich bin Fabian Wiede, Füchser-Spieler auf Rückraum rechts und heute sind wir hier beim HBL-Insta-Check und wir schauen heute mal, was wir für schöne Bilder auf meinem Instagram-Profil finden. Ich habe mich für dieses Bild entschieden, weil ich auch mal weg vom Sport komme und einfach Zeit mit der Familie auch für sehr wichtig finde bei uns im Sport, weil man da einfach perfekt abschalten kann und ja, da sieht man mich mit meiner kleinen Nichte und ein kleines Kuscheltier, das ist auch eine witzige Geschichte dazu, sie wollte unbedingt diesen Hund haben und da waren wir im Legoland und sie wollte diesen Hund haben und den konnte man nur beim Basketball spielen gewinnen. Das heißt, man hat einen Basketball gekauft und musste dann diesen Korb treffen und dann meinte ich so, ja okay, ich mache das, gib mir drei Würfe und ich schaffe das. Am Ende waren es dann glaube ich über 30 Würfe, die ich gebraucht habe, um einen Korb zu treffen, also es war ein sehr kostspieliger Tag. Ein weiteres Bild und aus der sportlichen Sicht auch das Größte, was für mich bisher war, das war die Einlaufshow bei Olympia 2016 in Rio. Ja, als Sportler hat man da oder als junger Spieler hat man da immer hinaufgeschaut und immer gesagt, dass man da unbedingt mal hin will und da dann einfach in diese Arena reinzulaufen mit der ganzen deutschen Mannschaft war einfach Gänsehaut-Feeling pur und das hat einfach mega Spaß gemacht. Auf der einen Seite ist es natürlich ein sehr schönes Foto, aber auch die Story dahinter natürlich sehr traurig. Ich glaube, man sieht dort und als Mannschaft jubeln nach einem extrem wichtigen Spiel. Ich glaube, war gegen die Löwen, wo wir gewonnen haben. Aber ja, es war natürlich auch ein sehr trauriger Tag, weil wir einfach wussten, dass Simon sich verletzt hatte und wir da einfach alle extrem geschockt waren, dass so ein Spieler sich nochmal das Kreuzband reißt, weil er einfach so viel für sich getan hat, um fit zu werden. Und nach den ganzen Vorgeschichten, die er hatte, waren wir eigentlich froh, dass er wieder zurück war. Aber da kam halt dieser Schock und ich glaube, trotzdem zeigt das Bild einfach, wie sehr wir als Mannschaft zusammenstehen und auch hinter Simon stehen oder für ihn da sind. Da haben wir wirklich jeder Einzelne gesagt, dass wir alles tun, damit er sich bei uns trotzdem weiterhin wohlfühlt, dass er vielleicht sogar sein Comeback schafft. Und daher glaube ich, dass das Bild sehr eindrucksvoll zeigt, was auch eine Mannschaft bedeutet, wie Engmann zusammensteht und dass jeder für einen da ist. Ja, lieber Abbafels, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in mein Instagram-Leben zeigen. Ich hoffe, euch hat es sehr gefallen. Ihr hattet Spaß dabei oder es war sehr informativ. Und daher hoffe ich, dass ihr natürlich mir folgt, fabian-w3. Da einfach mal reinschauen und da werde ich in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren immer natürlich weiter das Profil füllen mit Sachen, die euch vielleicht auch interessieren. Wenn ihr auch Sachen habt, die noch rein sollten, schreibt mir einfach mal und dann schauen wir mal, was man da noch machen kann. In der Hinsicht alles Gute und bis bald.